Hi, bei Messerworld läuft aktuell ein richtig geiles Gewinnspiel und zwar kann man da eine richtig coole Axt gewinnen. Um dabei sein zu können, muss man ein Video hochladen mit seinem Lieblingsmesser. Klingt natürlich erstmal einfach, ist es aber gar nicht. Und das ist jetzt das vierte mal, dass ich das Video mache, weil ich beim Drehen und das Zeigen des Messers oder der Messer mich einfach absolut gar nicht entscheiden kann, welches jetzt mein Lieblingsmesser ist. Ich rede jetzt von den Buschkraft-Outdoor-Messern. Bei den EC-Messern ist das ganz einfach. Da habe ich mein Lieblingsmesser. Aber was Buschkraft-Outdoor angeht, fällt es mir so unglaublich schwer, weil ich jedes dieser Messer mag und irgendwo jedes dieser Messer mein Lieblingsmesser ist. Ich kann mich da einfach nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Ist es das Ambulo mit Scandyschliff in Beige, finde ich super geil. Ist es das Schnitzeltrie, mein meistgenutztes Messer 2022, auch super geil. Ist es das Joker Arui 9 mit diesen Olivenholzgriff-Scales. Dieser kleine Stupsi, sauscharf, auch mega geil. Und ich habe hier noch und nöcher Messer. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Hier ist es das Hermo 2.0. Das finde ich auch ultra geil. Ich kann mich da einfach nicht entscheiden. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, beim vierten Versuch dieses Videos zu machen, ich lasse die Buschkraft-Messer einfach weg, weil sonst würde das einfach nichts geben. Und stattdessen zeige ich euch einfach mein Lieblings-EDC-Messer. Und mein Lieblings-EDC-Messer ist das hier. Das ist das Böker Plus Kaizen Mikata Green. Das habe ich von Jasmin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich hatte es schon ewig lang auf meiner Wishlist. Habe es mir aber irgendwie nie gegönnt, weil es auch nicht gerade günstig ist. Und da hat Jasmin mir das zum Geburtstag gekauft. Ein richtig geiles Messer. Kann ich echt nur empfehlen. Es ist schmal, es ist sauscharf, es ist schlicht. Es trägt nicht zu dick auf, wenn man das in der Hosentasche trägt. Es macht einfach Spaß, damit rumzuspielen, damit rumzuflippen. Ja, dieser Sound ist einfach super geil. Ja, diese dünne Klinge, dieses leicht asiatisch angehauchte irgendwie. Es ist auch hier, das fühlt sich so super an, dieses Mikata. Ich muss sagen, das ist mein erstes Messer mit Mikata Scales. Ja, und ich bin so begeistert davon. Ich weiß auf jeden Fall, dass das nicht mein letztes Messer mit Mikatas Geld sein wird. Und auch diese Farbkombi. Hier dieses Green, ja, dieses Washed, dieser Washed Look. Ja, ich glaube, das haben irgendwie alle Mikatas, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, dass das schon so leicht abgenutzt aussieht. Und dann hier mit diesen Bronzeton-Elementen drinne. Diese geschwärzte Klinge. Ja, hier haben wir das Ganze auch nochmal. Ja, das ist einfach nur super, super schick meiner Meinung nach. Und das ist mein absolutes Lieblings-EDICI-Messer. Auf jeden Fall. So, ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht, dass ich im Lostopf mit drin bin. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich ein bisschen unterstützen möchtet, ich weiß ja nicht, ob das irgendwie in die Bewertung oder wie das da ausgelost wird, mit einfließt, dann lasst euch auf jeden Fall mal bitte einen Daumen nach oben da und einen Kommentar da auf dieses Video. Ja, wie gesagt, ist mir richtig, richtig schwer gefallen. Ich wollte euch erst halt mein Lieblings-Buschkraftmesser und mein Lieblings-EDICI-Messer zeigen, aber ich kann mich bei Buschkraft-Outdoor-Messer einfach gar nicht entscheiden. Sorry, tut mir echt leid. Ja, deswegen gibt es nur mein Lieblings-EDICI-Messer. Und die Rede war ja auch davon, zeig mein Lieblings-Messer. Ob das jetzt ein EDICI-Messer ist oder Buschkraft-Outdoor-Messer ist, spielt ja in dem Sinne keine Rolle, denke ich mal. So, ja, das war ja meine Video-Antwort für euch an Messerworld. Nebenbei noch erwähnt, wenn ihr auf der Suche nach coolen Messern seid, mit einem super Support, mit super sympathischen Menschen, die Ahnung haben von dem, was wir euch da erzählen, ja, dann schaut auf jeden Fall mal hier vorbei bei Messerworld, Messerworld.de, kann ich euch absolut empfehlen. So, das war's aber jetzt. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.